Also, ich will ja nicht angeben, aber was ihr hier hinter mir seht, das ist ein Schloss hier. Und hier sind überall Pfauen. Und das war unser Hotel für diese Nacht. Und es ist wunderschön und überall das Pfauen. Die wecken ein und kurz vor sechs, aber das ist kein Problem. Hallo! Und jetzt? Was machst du jetzt? Ja, du bist ein schlaues Ding, ne? Ja, es ist schlau, aber guck mal, so schön. So, und ich gehe jetzt hier, kann man hier durch? Ne, kann man nicht. Aber hier unten kann ich leiden. Ich gehe jetzt ein bisschen dieses Schloss erkundeln. Und hier, wie hier einfach mega viele Pfauen rumlaufen. Das ist einfach so krass. Auch hier, schaut mal. Hallo, da hier. Hallo. Die, die sind sich gar nicht gewohnt, dass sie so einen langen Schwanz haben. Die schlagen überall so dagegen. Oh, guck mal. Das sind einfach wunderschöne Tiere. Hallo. Na ja, ich will den ja nicht aggressiv machen. Und hier sind noch ein paar Weibchen. So hübsch. Also ich muss schon sagen, da fühlt man sich schon so ein bisschen wie eine Prinzessin, wenn man hier in diesem Schloss geschlafen hat und dann hier so rauskommt, hier mit diesem Pavillon. Und dann hat sie überall so diese Pfaue rumstolzieren. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und das Schloss selber ist einfach so, so hübsch. Einfach unglaublich. Wow. Hui. Ich war hier noch gar nicht. Es wurde gestern ziemlich spät und ich wollte es unbedingt heute Morgen noch sehen, alles. Oh, guckt euch das an. Da muss ich gerade so ein paar Fotos machen von. Ist schön. So, gehen wir jetzt hier mal. Ah, die Dame. Gehen wir hier mal hoch. Mal schauen. Hui. Was dieser Weg so mit uns bringt. Ach, ein bisschen Frühsport. Das tut doch immer gut. Hui. Das runter. Hallo. Gut. Morgen. Mal schauen für Peacock. Ja. Das ist so, so lange. Ich weiß. Oh, mein Gott. Ja. Oh wow! Ich habe nicht gesehen. Wir haben endlich einen gefunden. Don't show uns dein ass! Ich weiß, turn it around! Stupid you, was are you doing? Ich will nur sehen, wie ihr Pity Colors. Er ist nicht so, wie ein Fotografie-Shoot-Shoot-Shoot. Oh, hier geht's. Oh, hier kommt's. Oder nicht. Er ist bored. Er will nicht, dass wir uns besitzen. Oh, ich habe einen kleinen Prinzessinnengarten gefunden. Mit Kräutern. Ein kleiner Springbrunnen. Oh, wenn die Bäume hier im Frühling sprießen. Oh, das muss ein wunderschöner Anblick sein. Und dann überall dieses Mauerwerk. Also... Das sieht ja schon toll aus. So voll mit den Ruinen. Ist echt, echt hübsch. Ich muss sagen, ich bin echt richtig buff. Schaut mal, das ist eine kleine Futterstelle für Tiere. Und hier ist ein... Ach ja, ich... So süß. Und hier steht unser Bus schon bereit, um wieder abzufahren. Und ich meine, schaut euch doch mal diesen Eingang an. Ja, ich muss mich mega beeilen, weil... Weil... Wir fahren eigentlich jetzt gleich ab, aber... Ich muss hier nur gucken. Guck mal. Guck mal. Good morning. Ein echtes Schloss, Edu. Morning, Malaysia. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir... ähm... den Leuten... Wir sind ja irgendwie aus zwölf verschiedenen Ländern. Und wir haben entschieden, dass wir diesen Länder... Also diesen Leuten aus den Ländern einfach... den Ländernamen zu rufen. Weil wir den Namen teilweise nicht uns sprechen können. Und ja. Dazu. Okay, ich muss mich weinen. Wir sehen uns.